Gucken wir mal, ob die nochmal dabei sind. So, Nova Prime. Ist ja egal, was man da eigentlich hat, wegen Arquing, finde ich. Gucken wir mal, ob sie nochmal dabei sind. Ja, zwei, drei sind dabei, also mit mir sind es drei. Mal gucken, ob der vierte auch nochmal dabei ist. Naked Super Ninja. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich habe das jetzt 28 Mal, was? 28 Mal hat er das schon gemacht? Alter Schwede, ich hoffe natürlich... Zwei Systeme und 26 Chassis. Das ist natürlich, äh... Ganz schöner Fail dann, nicht wahr? Wenn man das... Eieieiei, so viele Male farmt und dann immer nur den gleichen Shit bekommt. Er weiß, dass du hier bist. Ich kann es wohnen. Das ist natürlich richtig übel. Mir fehlt auch nur noch der Helm. Ist das es? Also scheint der Helm schon mal etwas selteneres zu sein. Was? Nein. Ein paar? Aber du sagst... Das ist nicht genug für ihn. Du bist nur wie alle anderen. Du wirst nicht den Gollum töten. Ich will nicht, dass du auch nicht. Es gibt manchmal echt so Teile... Eieieiei, wie komm ich denn jetzt da hoch? Moment, ich muss mal kurz... Eieieiei, jetzt hänge ich hier. Ach, ich bin nicht... So, da rein geht's. Und da runter. Es gibt manchmal echt so Teile, die man farm muss. Da farmst du dich ewig und dumm und dämlich und kaputt. Das ist genauso wie bei... Bei Ash, die Systeme zum Beispiel, wie bei Ash Prime. Ich glaube, bei der Nova Prime müssen es auch die Systeme sein, was so... seltener ist. Was auch dementsprechend immer mit viel Platin... gehandelt wird. So. Wow. Wow. Zack. 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 Besiegt. Ein infizierter Fühler und Furliac-Kapsel. Blaupause. Das ging ja schnell. Da hab ich natürlich alles verbraucht... An Fähigkeitsenergie. Und ich hab keine Reload, also ich hab hier keine... Energieerholung. Wie ich's sonst immer drin hatte. Aber dafür halt die ätzende Projektion, ne? Die ja eigentlich praktisch ist. Es kommt immer auf den Nutzen drauf an. So. Bereite dich vor. Und wie ich gesehen hab vorhin, oder wie wir gesehen haben... Die Furliac-Pots... können wir leider nicht... im All nutzen. Leider, leider, leider. Oh Gott sagt Lust, der hat wieder das Elektrozeugs reingehauen. Aua. Mich hat doch schon wieder was erwischt. Das gibt's doch nicht. Aua. Jetzt ist schon wieder... Wieso... Wieso ist das Elektrozeug immer hinter mir her? Hat das was gegen mich? Ich flieg mal da hinten mit rum, wo die anderen lang fliegen. So, ich glaub aber, bis ich da bin, kann ich schon wieder zurückfliegen. Das ist doch nicht zu fassen. nicht zu fassen. Was denn? Ach, da unten ist das Vieh. Ich halte mich mal da runter. Zack, zack, zack. Ei, 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 ei. So, wir haben ein paar Raketen abfeuern. Oh, was hat denn der gemacht? Oh Gott, da ist schon wieder so ein Energie-Blitz-Ding. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Wieso immer bei mir? Hopp, hopp. Ach, der verrisst mir die ganzen Schilde. Geht nicht immer zu mir. Warum immer zu mir? Das ist ordentlich draufhalten, ordentlich draufhalten, ordentlich draufhalten. Halt, 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 halt. Nicht immer zu mir. Jetzt bin ich wieder down. Das gibt's doch nicht. So, boah, boah, boah. Hier ist aber einiges los. So, mal gucken, ob die das vielleicht schnell schreiben können, warum mich immer der Blitz so folgt. Ist ja, hier ist schon wieder, der klippt immer an mir dran. Bin ich der Bummel-Letzt oder was? Drehe eigentlich gleich mal wieder um hier. So, fliege ich mal mit auf die Seite. Oh, der Gegner ist uns... Ah, Moment, jetzt ist er da hinten natürlich. Das ist natürlich blöd. Die Blitze nehmen doch schon wieder Steuerkurs auf mich. Das gibt's doch nicht, Leute. Warum immer auf mich? Hab ich irgendeine Anziehung drin, oder was? Das kann doch nicht sein. Oder muss ich... Nee. Irgendwie hat der was gegen mich, glaube ich. Ich bin wahrscheinlich der... Ja, ich glaube, ich bin der Host der Gruppe. Der hat einfach grundsätzlich was gegen mich. So schaut's aus. So, jetzt bin ich aber gleich mal hinter dem. So, mal gucken, ob jetzt auch ich sofort vom Blitz verfolgt werde. Vom Blitz verfolgt. So könnte ich doch glatt die Folge nennen hier. So. Banna, 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 banna. Schon wieder ich, nur. Seht ihr es? Schon wieder ich vom Blitz. Ich. Boah. Nur ich. Leck mich doch an der Foot, echt. Das kann doch nicht sein. Habe ich irgendwas an mir? Ich habe auch nichts ausgerüstet, was jetzt irgendwie Elektrizität... Irgendwie schießt der immer nur auf mich. Das schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn ich der Arschgelekte hier, der vom Blitz verfolgt wird. Das ist nicht mehr feierlich. Oh, jetzt bin ich wieder down. Oh, was habe ich denn an mir? Ich habe nix. Ach, Leute, Leute, Leute. Da ist ja wieder der Blitz. Bei den anderen ist er nicht... Vielleicht sollte ich mal nicht Saren nehmen oder sowas. Ich weiß es ja nicht, aber... Da fängt man doch an, aber, glaube ich, zu werden. Ich wollte das nie. Ich wollte irgendwo anders sein. Lass bloß den beschissenen Blitz. Der nimmt doch schon wieder Kurs auf mich. Och, nö. Und der verfolgt mich auch. Ich kann schnell fliegen, wie ich will. Och. Leute. So, dann müsst ihr ja gleich mal... Down. Och, schon wieder down. Es gibt... Kein anderer geht so oft down, wie ich hier. Das ist doch... Zum Mäuse melken. Ich sehe es jetzt. Du bist das gleiche. Sie sind sich selbst. Ich werde jetzt mal hierbleiben. Ah, da ist er doch schon wieder. Der Fettsack. Ach, schon wieder down. Meine Güte. Ich bin echt schwach auf der Brust. Ja, wenigstens verdienen die Leute an mir ein bisschen was mit Wiederbelebungen. Jetzt ist der Sway. Also Savvy, wie er hier ist, auch am Boden. Weil er mich resten wollte, ne? Ja. Schlimm ist es. Schlimm ist es. So, und jetzt rest ich ihn dafür. Sway. So, ein paar Raketen feuern wir ab. Die können hier schön... ...die Viecher verfolgen. Wo ist eigentlich der Fettsack? Da muss doch irgendein... Oh, da war die Mission schon wieder erfolgreich. Okay. Atlas-Helm. Sehr schön. Systeme-Helm. Jetzt fehlt nur noch Chassis. Also wir haben hier zumindest mal Glück. Haben schon zwei verschiedene Parts gefahren. Ich glaube, jetzt werden einige die Gruppe verlassen und nicht mehr mitmachen. Fehlt natürlich noch das Chassis. Das Chassis. So. So. Aber wenn die jetzt abhauen, dann gucken wir eben mal, dass wir einfach... ...wen anders finden. Denn... Arsenal. Saren. Vielleicht sollte ich mal echt einen anderen Frame... Ich bin ja nicht abergläubisch eigentlich, aber... Das kann ja wohl irgendwo nicht sein hier. Dass der immer auf mich geht. Furlie-Ports. Vielleicht liegt es auch an denen. Ich tue die einfach mal... ...weg. Nicht ausrüsten. Ich habe das Gefühl, ohne den... ...läuft es besser. So. Wir sind jetzt alle raus, oder was? X-Komm. Bis bald. X-Komm. Brauchst noch mehr. Mal gucken, ob der noch was braucht. Ansonsten sage ich einfach noch mal... ...Jordas Golem Attentat. Und noch mal 7-1-1. Und können wir noch mal ein paar Leute einladen, die Bock haben. Da. Einladen. Dann den auch noch. Einladen. So, jetzt kommt noch Seffe hinzu. 30. Und Frost Prime. Sehr gut. Das sollte doch alles machbar sein. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. So. Aber ich glaube, der X-Komm war ja von Anfang an dabei. Der hat bestimmt auch von ganz vorne angefangen zu fahren, wie wir. Dass er Systeme jetzt hat und Helm. So, wenn wir jetzt Chassis kriegen, Leute, das wäre extrem Glück, ne? Drei Runs, drei verschiedene Teile. Ihr habt gesehen, der eine hat schon... Oh, der eine hat schon so ein neues Schiff hier, die es gibt. Es gibt nämlich mittlerweile, seit Update 17.5, auch neue Schiffe, die man bekommen kann. Ich glaube, die kann man sich sogar kraften, wenn man die entsprechenden Komponenten gefarmt hat. Nicht nur was für Platinum. Geht's denn hier lang? Geht's denn hier lang? Da. Cephalon zu Cephalon, wir sind hier, um zu helfen. Cephalon zu Cephalon, wir sind hier, um zu helfen. Ja, unser Ort ist doch der Beste. Der hat zwar auch manchmal den ein oder anderen krummen Spruch auf Lager, aber immerhin ist es eine treue Seele. Auch wenn da Blut und Kill zurück ist. Also der steht drauf zu killen und Blut zu verteilen, unser Ort ist. Du bist schweißend. Come on in blood, safe and sound. Ich sehe, was du machst. Du hast die Parten. Just like the Odds, grüßend Skavanger. Du wirst nicht über Georges. I'm beginning to have a terrible feeling. Some doubts are not to be solved. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. So, gleich haben wir es geschafft, Leute. Müssten gleich da sein. Da ist er ja auch schon. So, mal gucken, ob wir jetzt immer noch so viel von dem Blitz abbekommen. Kann ja fast nicht angehen hier. Blablabla, blablabla. Komm schon raus aus deinem Safte. Ah, es müssen erst alle Spieler da sein, dann kommt er. Hallo, wo pimmelt der eine rum? Die Nova, was denn aus? Ach, XCOM ist das, die Nova. Da haben wir Sephyr. Wo bleibt denn der eine? Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Oh Mann. Ei, 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 kann er nicht sein. Oh, Level 6, Lex Prime. Sehr gut, nur weil der hier. Und Level 6, COM, weil der hier irgendwas abschießt. So, warte auf Spieler, warte auf Spieler. Was hat denn der? Ach, der hat diese Nuncharks. Das ist auch eine neue Waffe. Sehr cool. Das erinnert mich hier immer so ein bisschen an die Turtles. Die brauche ich auch noch. Die Nuncharks. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Vor allem auch die Animationen. Die habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Schon geil. So, wo hängt denn der Typ, hey? Das kann der nicht angehen. Das ist ja ewig weit weg. Ei, 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 ei. Oh Mann. Dann neu starten. Oder als Gruppe und neu laden vielleicht. Joa. Stimmt, das ist natürlich eine Idee. So. Lief mal. Dann laden wir den neu ein. 4 Kim. Oh Gott, das ist ein... 4 Kim B 0 3 2 3 2. Das kann sich auch einer merken, hey? 4 Kim B 0 3 2 3 2. 4 Kim B 0 3 3 2 3 2. So. Könnt man den jetzt nochmal einladen. 4 Kim B 0 3 3 2 3 3 2. Einladen. Hat er eine Einladung erhalten? So, mal gucken, ob er noch... beitreten kann. Ob das funktioniert, Leute. Jawohl, der ist wieder drin. Sehr schön. So, warte auf Spieler 2 von 3 geht. Das sollte funktionieren jetzt. den wir neu eingeladen haben. Alter, der kann ja nicht an der gleichen Stelle wieder joinen. Und der hat... Da müsste es doch sein, oder? So von 3? Ne, das ist ein anderer. Der hat ja die ganze Zeit schon gedacht... Da ist er doch. Alle her. Er ist hier. So, da kommt auch der letzte Boomlex an. Nein, bitte. Haben wir es endlich geschafft hier. So. Dann. Ja, manchmal muss man... durch den ein oder anderen Bug gehen. Was denn jetzt mit dem geht mir los? Was denn? Was denn? So war denn der gerade so versteinert? Was war das denn, finde ich? Ei, ei, ei. Hör auf. Ach, der ist gefriest. Ei, ei, ei. Weil dann... nimmt der ja keinen Schaden. Normalerweise nehmen die Gegner ja Schaden, wenn sie gefriest sind, glaube ich. Also die sind jetzt auch neu, dass der da gar keinen Schaden nimmt. Aber okay. Wenn das Viech halt so... ...weben fließen im Mund ist, oder was weiß der Geier. So, eine Chattin-Slamme bekommen. Dann schauen wir mal, ob wir das große Glück haben und als nächstes jetzt das Chassis bekommen. Weil wenn nicht, dann würde ich sagen, könnten wir mal T4 abfangen, probieren. Oder wenn die Gruppe bestehen bleibt, nochmal versuchen. Es geht ja relativ fix eigentlich, wenn man eben eine passende Gruppe hat, die auch schnell diesen Gegner hier besiegen können.